Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal sprechen wir über den magnetischen Kreis. Wir wollen ein Modell entwickeln des magnetischen Kreises. Das ist wichtig, dass es ein Modell ist und dass wir anhand dieses Modells lernen, wie so ein magnetischer Kreis üblicherweise aufgebaut ist. Weil sonst kommt man nämlich ein paar Sachen hinterfragen, wo man sagen, macht das da überhaupt Sinn? Schauen wir uns einmal an, was ein magnetischer Kreis ist. Ihr habt es da probiert, etwas zu skizzieren. Hier sehen wir ein typisches Modell eines magnetischen Kreises. Da gibt es so ferromagnetisches Material. Warum habe ich das da so komisch strafiert? Weil normalerweise ist dieses ferromagnetische Material aus einzelnen Blechschichten, die elektrisch zueinander isoliert sind, aufgebaut. Das findet man sehr oft. Das hat auch einen Sinn, nämlich dass man Wirbelströme vermeidet. Wir werden nachher sehen, das wir nachher ein bisschen erklären, wenn wir über die Induktion sprechen. Jetzt im Moment ist uns eigentlich egal, ob wir das als vollen Eisenblock vorstellen oder geblecht. Ich sage nur, normalerweise sind sie geblecht mit einzelnen Blechschichten aufgebaut. Und diese Blechschichten sind untereinander elektrisch isoliert. Das ist wichtig, dass das nicht einfach Blech auf Blech ist, dass wir da einen elektrischen Kontakt haben, sondern dass das isoliert ist. Dann haben wir da eine Spule draufgesetzt. Also sowas da, haben wir draufgesetzt auf diese, das Zeug hier, das heißt Joch. Und da haben wir eine Spule draufgesetzt. Und durch die Spule rindert ihr und der Strom. Die Spule hat N Windungen. Das ist die Spule. Und diese Spule, der Strom, der durch die Spule rindert, erzeugt eben in diesem Joch ein magnetisches Feld. Und da noch einen magnetischen Fluss mit einer Flussdichte und auch ein Mögel. Da ist die Seitenansicht praktisch, die Spule ist aufgeschnitten. Wir sagen, der Strom, der rindt da hinein und kommt da wieder raus. Also der Strom, der rindt so im Kreis praktisch. Das ist das, was die Spule hier machen würde. Ich will es nur ein bisschen scharfieren, dass man sieht, okay, da sind halt viele Windungen da. Das ist nicht nur ein Kupferblock, sondern da sind halt viele, viele Windungen. N Windungen, N Mal geht es hier im Kreis. Okay. Dann schauen wir uns an, wie das da im Inneren ausschaut von unserem Joch. Was haben wir da? Ich werde jetzt da einfach einen Pfad einmal einzeichnen, so einen mittleren Pfad. So. Wir wollen folgendes annehmen. Innerhalb des ferromagnetischen Materials ist immer der gleiche Fluss. Das gilt natürlich nur, wenn der ganze Fluss da drinnen geführt wird. Also wenn wir nicht in Sättigung sind, sogar weit von der Sättigung entfernt, wenn kein Fluss da außen als Streufluss auftritt. Wir wollen jetzt einmal so tun, wie wenn das so wäre. Okay. Wir wollen jetzt einmal so tun, wie wenn das so wäre. Ich unterteile das in verschiedene Segmente. Meinen magnetischen Kreis. So. Dann habe ich da eine Länge L1, dann habe ich da eine Länge L2, dann habe ich da eine Länge L3, dann habe ich da eine Länge L4, dann habe ich da eine Länge L5. Okay, hier, hier, jetzt zeichne ich mir schwarze, schwarz, hier habe ich eine Fläche A2, hier habe ich eine Fläche A3, das sind halt verschiedene Querschnittflächen, wären erlaubt, warum nicht? A5, da habe ich A4, da die Luftspaltfläche, da habe ich A1, das sind verschiedene Flächen. Was ich aber an und für sich gesagt habe, ist, dass da überall der gleiche Fluss phi durchrinnt, phi, phi, der rinnt da überall in diese Richtung, nämlich, so rechtswendig zugeordnet, dem Stromfluss, phi, phi. Das ist der magnetische Fluss und der soll konstant sein, ich schreibe das da auf, phi ist gleich konstant, Vernachlässigung des Streuflusses, okay? Okay, Vernachlässigung des Streuflusses haben wir da, gut, wie schaut das aus, wie schaut das aus? Hier haben wir eine Gesamtdurchflutung, jetzt nehme ich das einfach als Fläche her und wende den Durchflutungssatz an. Hier tritt ein Strom durch, und zwar n mal i, der Strom, der hier durchtritt, das ist n mal i und das ist gleich der Durchflutung Theta, okay? Und dieses Theta, haben wir ja gesagt, durch Flutung Theta, ist gleich und zwar die Summe aus alle hi mal li, das sind die ganzen Ls da, Längen oder S kann man auch sagen, Wege, Wege, okay? hi mal li, das ist die Durchflutung, weil das macht die magnetische Spannung und die magnetische Spannung teilt sich halt entsprechend auf, okay? Unser Phi ist die magnetische Flussdichte, die in einem so einem Schenkel herrscht, mal der entsprechenden Fläche, mal ai. Das heißt, b ist µ mal h, ich habe da, das ist weiter gleich, ein µ i von diesem Bereich, kann ja Luft auch sein, lokales µ i, mal der magnetischen Feldstärke h i, ja, mal der Fläche a i. Okay? Das ist, das gilt für jeden Abschnitt i, ja? 1, 2, 3, 4, 5 in unserem Fall. Gut, das heißt, wenn ich das umformen und das h i da ausdrücken will, ja, das heißt, mein h i ist gleich, da ist mein phi, und dann dividiere ich durch, µ i mal ai. Okay? Das heißt, meine Gesamtdurchflutung ist gleich, und jetzt setze ich das h ja einfach da ein, gell? Das phi kann ich herausziehen, phi ist konstant, mal der Summe aus über alle i, ja, li, die Längen, dividiert durch µ i mal ai. Okay? Das kommt aus dem Durchflutungssatz heraus. Jetzt haben wir das ausgerechnet. So. Jetzt heißt dieser Ausdruck hier, ja? Also das, dieses phi dividiert durch, ein theta dividiert durch phi. Habe ich jetzt vorher auch schon irgendein Wort phi gesagt? Theta ist das natürlich. Theta, 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 Theta. Ja? Thetawelle. Theta. Das gleich, die Summe aus Li durch µ i mal ai. Dieses L durch µ mal a, das heißt magnetischer Widerstand. Es gibt einen magnetischen Widerstand, Rm und das ist L dividiert durch µ mal a. Ja? Das sind lauter verschiedene magnetische Widerstände. Jeder, jeder Bereich hat einen eigenen magnetischen Widerstand. Okay? Erinnern wir uns an den elektrischen Widerstand? Das war ja R ist L dividiert durch Gamma mal a, der Leitwert. Also das µ ist praktisch so was wie der Leitwert des Magnetismus. Das ist die gleiche Form. Die gleiche Form hat das. Magnetischer Widerstand. Die Einheit ist ein bisschen andere, weil die Einheit ist Ampere dividiert durch Voltsekunde. Das ist die Einheit. oder man sagt da eins durch H. Das H heißt Henry. Das ist eine Einheit, die werden wir später noch kennenlernen, die Einheit der Induktivität. Nachher Joseph Henry ist das benannt. Da werden wir dazu kommen. Das kürzt man halt auch so. Magnetischer Widerstand. Das heißt, jeder dieser Teile hat einen anderen magnetischen Widerstand. Bitte beachten wir diese Analogie zur Elektrotechnik. Das Phi ist praktisch wie der Strom. Das Theta, die Durchflutung, ist praktisch wie die Spannung. Das Theta ist ja die magnetische Spannung. Deswegen hat das geheißen. Und da steht praktisch das Ohmsche Gesetz. Das ist U ist I mal R. Das sind die Widerstände. Das ist der Strom. Das ist die Spannung. Das ist quasi das magnetische Ohmsche Gesetz, wenn man so sagen will. Also es ist genau die gleiche Form. Ja, sogar der Widerstand berechnet sich sehr ähnlich. Die Länge dividiert durch die Querschnittsfläche und dann habe ich statt dem Gamma, statt dem spezifischen Leitwert habe ich hier die Permittivität. Okay? Also das µ habe ich da drin. Ja, und natürlich gibt es auch etwas, das heißt magnetischer Leitwert, ich habe schon gesagt spezifischer Leitwert, es gibt auch einen magnetischen Leitwert und die Abkürzung ist A und das ist halt genau das Gegenteil das ist 1 durch R M das ist also Phi dividiert durch Theta und das sind entsprechend µ mal A durch L also genau umgekehrt und die Einheit ist natürlich auch genau umgekehrt Volt Sekunden pro Ampere und das ist Henry magnetischer Leitwert der Kehrwert des magnetischen Widerstandes und warum habe ich zuerst so genauer gesagt das ist ein Modell des magnetischen Kreises ein Modell bitte weil wir wissen das µ von ferromagnetischem Material ist sehr sehr hoch nicht konstant aber sehr sehr hoch das heißt hier werden wir überall kleinen magnetischen Widerstand haben das heißt das Vieh was sich eigentlich einstellt durch diese Durchflut und Täter das wird halt sehr groß sein und da habe ich aber auch einen ziemlich großen Widerstand da praktisch erinnert einen ziemlich großen Widerstand jetzt kann man sagen wieso macht der anderen Luft Spalt einen ja ist denn der von allen guten Geistern verlassen das Problem dabei ist Anwendungen des Magnetismus sind meistens irgendwo wo sie zwei Teile gegeneinander bewegen zum Beispiel bei einem Elektromotor oder so irgendwas und da ist eine Luft spalt ich kann nicht ein Teil rotieren lassen und ein Teil fix lassen ohne Luft spalt dazwischen die Luft gibt es einfach man will diesen konstruktiv ja auch sehr klein machen aber es geht halt nicht ganz verschiedene Gründe und das ist klar hoffentlich also es gibt diese Luft Spalte in dem Kreis hat jetzt wenig Sinn aber ich sage einmal wenn wir keine Luft Spalt drin haben das ist so wie wenn ich eine Batterie elektrisch habe und einfach plus mit Minus verbinden elektrischen Kurzschluss mache wäre das praktisch die Analogie zu einem magnetischen Kreis ohne Luft Spalt der Luft Spalt ist dass das Eisen in Sättigung geht gut also das ist der magnetische Kreis kann man dann mit Hilfe der Durchflutung hier kann man dann schauen wie groß ist das magnetische Feld hier im Luft Spalt das ist nämlich meistens das Interessante ich habe da irgendwo eine Windung die erzeugt mir ein magnetisches Feld und wirklich nutzen du das magnetische Feld aber im Luft Spalt zum Beispiel bei einem Elektromagneten oder bei einem Motor da kommt davon was da im Luft Spalt vorhanden ist und da geht schon ein bisschen was verloren durch diese unterschiedlichen Widerstände das wollte ich herausarbeiten dass da im Eisen auch einen gewissen magnetischen Widerstand hat im Prinzip kann man sich so vorstellen wie einen elektrischen Kreis nur dass magnetische Größen sind jetzt haben wir da schon einen Henry erwähnt Joseph Henry Namensgeber der Einheit Induktivität Induktivität ist eine Mess eine wie wie stark ist eine sogenannte Spule also sowas da Spule das nächste Mal werden wir uns um Spulen kümmern um sogenannte Induktivitäten sagt man auch dazu das ist im nächsten Video für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit Auf Wiedersehen